Äh, Entschuldigung? Christina? Na, wir kennen uns doch. Marcel, erinnerst du dich? Ja, stimmt, Marcel, natürlich. Die alte WG in der Beethovenstraße. Boah, ist das lange her. Ja, 15 Jahre oder so. Du hattest doch dieses furchtbare KISS-Plakat in der Küche aufgehängt. Genau. Und ich weiß es noch ganz genau, wir beide, wir hatten uns nie was zu erzählen. Ja, da war doch immer diese feinliche Stille, wenn wir zwei allein waren. Oh, oh. Ja, ha, ha, ha. Hahaha. Amen. Amen.